hallo liebe leute und willkommen in einem neuen video und schönes video von benni und er spielt bei ostbahn und er hat heute mensch gegen winna victoria wer wohl gewinnen wird ja unser trainieren winna victoria ja sie passen was glaubst du wer gewinnt wenn er victoria oder osman schreibt in die kommentare und nicht vergessen abonnieren abonnieren aber sie nehmen die leibchen auch die ziehen die leibchen aus benni ist nummer 9 mit der grünen schuhe und grüne flasche in die kommentare schreiben hallo oder schönes video oder gutes match und jetzt ist benni dran was und benni schießt daneben beginnt das spiel mit benni was bei gegen es war wiener victoria wiener victoria gegen ostbahn st ostbahn x i beginnt alle gehen in die mitte machen abklatschen alle geben sich jetzt eine backenpfeife und gehen jetzt auf die position wiener victoria gegen ostbahn gehen alle auf die plätze anstoß wiener victoria wiener victoria wiener victoria wiener victoria und ein wiener victoria ausgeschossen jetzt hat was bei den ball und jetzt machen, macht was Bann, passt und er rennt, äh, Schuss und der Torwart hat das ist ein Einwurf für Wiener Viktoria und jetzt wirft er ein und Nummer 8 hat den Ball, jetzt Nummer 5, jetzt hat der Nummer 3 den Ball und jetzt die Nummer 8 er passt nach vorne und Torwart hat den Ball, jetzt schießt er nach vorne und dann passt er den Mitspieler, er passt und er schießt und der Tange von Wiener Viktoria hat den Ball gehalten, er wirft ein und der Ball geht nach vorne und Osman schießt Stange ist Freistoß und jetzt schießt das Bann und Torwart 1.0 für Rassmann Leon hat Tor geschossen Leon jetzt Wiener Viktoria hat den Ball und Freistoß für Wiener Viktoria nimmt das Tor Wiener Viktoria schießt und Kopfball und und Hört Huch 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 Es war knapp Das war echt knapp 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 Das war Nummer 7 und Wiener Viktoria die nummer drei wurde ausgewechselt statt nummer 15 die nummer und die nummer elf 30 7 die links fischler und stürmer von Wiener Tore macht den Freistoß das wird eine heiße das ist eine Chance und zu scheinen und zu scheinen und der Torwart war easy für den Tormann ja der Benni war zurück Tormann schießt raus aus Bahn und Benni und Atembuch für Benni doch nicht für die nummer 7 Nummer 7 passen die nummer 10 nummer 10 passen die nummer 6 nummer 6 passen die nummer 13 und nummer 15 nummer 15 passen die nummer 15 zu dem Tormann und das wird ein Tor geschossen wuhu es ist bei Nattern das wird ein Tor geschossen das wird ein Tor geschossen jetzt ist 4 zu 0 losbar 4 zu 0 4 zu 0 4 aufspannen ja und dann mal straßen mal 10 halbzeit hallo Leute wir kommen wieder zurück wir sind hier bei hier beim match ähm Wiener Viktoria gegen Ostbahn und ja Ostbahn führt 4 zu 0 und Benni hat schon ein Tor gemacht ja wir hoffen dass Benni noch mehr Tore macht und ja die erste halbzeit die zweite halbzeit beginnt gleich also wir sehen euch tschüss wir nehmen euch beim Ball die passen und jetzt hat euch beim Ball die ne Viktoria 11 Meter 11 Meter 11 Meter 11 Meter 11 Meter 11 Meter Und... Da ist sie... Und Nummer 5. Hast du denn noch 4? Und ja. Es steht 4 zu 1. Für Osbam. Es steht 5 zu 1. Weißt du, wieso es 5 zu 1 steht? Weil er trifft. Aber ich wette, er wird treffen. Für Spaß. Außer er schießt nach links, dann wird er treffen. Wenn er rechts schießt. Wie Nummer 10 schießt. Alter, ich habe recht. Hätte er auf links geschossen, wäre er drinnen. Ich bin hellseher. Ich weiß Bescheid, ruf mich an. Ich bin lustig. Wenn ihr mir nur 2 Euro gebt. Ja. Es geht weiter. Er steht 5 zu 1. Für Osbam. Der Anstoß für Wien Rektoria steht 4 zu 1. Für Osbam. Und wenn ihr neusetzt, vergesst nicht zu abonnieren. Und lasst ein Like da. Es geht weiter. Die Nummer 10. Passt. Zu Nummer 5. Zu sein Gegner. Aber es ist egal. Der Waage liegt hoch. Die Nummer 10 von Wien Rektoria. Schießt. Drüber. Schöner Schuss, aber leider nicht drin. Jetzt ist es okay. Vier. Aussparen. Und jetzt. Tor. Tor. 6 zu 0 für Aussparen. 6 zu 0. Ausparen. Wuhu. Aussparen. Gewinnt heute. Es steht 6 zu 0 für Aussparen. Spiel zu Ende. Ausparen hat 6 zu 1 gewonnen. Vergesst nicht zu abonnieren. Und das Match ist 10. Und Wien Rektoria hat ein Tor. Aussparen hat 6 Tore. Und Wien Rektoria hat 7 Punkte. Und Aussparen 8. Untertitelung des ZDF, 2020